Moin Leute, was geht? Mein Name ist der junge Zocker oder auch YouTube Gamescom auf der Playstation 3, Call of Duty Mr. Ja, wie man hier alles trifft, Leute. Meine coolste Call of Duty Begegnung war nicht Alberto, nein, das war Putty Tangang, Playstation 3. Den habe ich da mal getroffen in Call of Duty und der ist wirklich so, wie er in seinen Videos ist, mit seiner Lache. Also wirklich, er ist absolut so. Und heute möchte ich mal ein kleines Commentary machen über K1 und natürlich über Bushido, über diese zwei Rapper, die natürlich unterschiedliches Format liefern und warum K1 eigentlich auch profitiert hat von diesem ganzen Dies. So, und jetzt schauen wir an, wo wir spielen. Wir spielen auf der Map Strike Zone, es ist infiziert, PDW, ganz normal, wunderbar. Und ich möchte einfach mal hier ein bisschen über K1 reden und warum er das eigentlich auch verdient hat, was eigentlich ihm widerfahren ist. K1 hat natürlich, äh, nun ja, ich würde nicht sagen, dass er Lügen verbreitet hat, sondern er hat einfach nur die Wahrheit gesagt. Natürlich, es gibt diesen Clan namens Abou Chaka. Natürlich musste er Geld abliefern. Natürlich war es, war es nicht richtig, war, nein, besser gesagt, es war richtig, dass er sich geäußert hat, weil was er gesagt hat, das ist ja alles richtig, das ist ja alles okay. Aber es geht mir eigentlich um die Person K1, der in meinen Augen ein richtiger Frauenverachter ist. In meinen Augen sieht K1 nur in den Frauen ein Sexobjekt. Mehr sieht K1 eigentlich in Frauen nicht. Das sieht man auch, wenn man mal sieht, wie K1 mit irgendwelchen Frauen, äh, irgendwelchen Frauen abgebildet ist, halbnackt. Also, da kann ich, da kann ich auch wirklich kein Mitleid empfinden, weil man wirklich Frauen niemals als Sexobjekt sehen darf, auch wenn die Frau noch so schön ist. Weil, Leute, wir leben nicht in einem Kanickelstall, das ist ja was anderes. Auf jeden Fall, K1, du hast es auf jeden Fall sowas von verdient, äh, von Bushido rasiert zu werden, weil du, 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 du bist einfach nur ne, n, 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 n Lauch. Äh, K1. Ne? N, n Lauch. Aber wenn ich dann schreibe, K1, äh, K1, Gay1, das finde ich natürlich dann auch irgendwie, kann ich irgendwie nicht verstehen. Warum schreibt man Gay1? Gay1, das heißt Schwul1. Gay1, das ist auf jeden Fall einer, der nicht schwul ist. Natürlich kann man das als die schreiben, aber, äh, ich würde das eher lassen, weil Gay1, das ist irgendwie so schwulenfeindlich. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Da werden ja wiederum Leute mitgezogen, da wird eine Sexualität mitgezogen, die gar nichts dafür kann. Das ist zum Beispiel Homosexualität, die da mitgezogen wird, was ich auch nicht gut finde. Ich würde eher schreiben, K1 gleich, äh, äh, keine Ahnung, Frauenverachter oder sowas. Ja, kommen wir mal zu Bushido. Wer denkt, das ist ein Unschuldslamm? Der hat aber wirklich falsch gelegen. Natürlich, Bushido hat unglaublich viel Dreck am Stecken. GEMA, Urheberrecht und natürlich auch so hat er auch Körperverletzungen und so weiter. Muss ich gar nicht viel, äh, darüber erklären eigentlich. Bushido ist einfach nur sehr schlau, der weiß, wie man sich vermarktet und wie man, äh, wie man sich vermarktet. Genau, so sieht das aus. Und wir haben jetzt schon einen Sieg erzielt und das gerade mal 3 Minuten 33. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass Bushido von der Qualität, wie er rappt, hochwertig ist. Und K1 von der Menschlichkeit her scheiße ist, vom Singen scheiße ist. Aber was K1 machen kann und das darf auch keiner. Und bitte, bitte euch das auch zu respektieren. K1 kann wunderbar Rap-Texte komponieren. Das kann er. Das kann er. Da muss mir keiner was vormachen. Aber wenn er dann wirklich mal ans Mikrofon geht, hey, sorry, aber das hört sich wirklich ein Scheiße an. Da braucht man wirklich ein gutes, äh, Bearbeitungssystem. Das haben wir ja gesehen mit Ich spreche die Herzen aller Mädchen. Das war schon viel, äh, am Computer gemacht. Aber der Text, ganz klar, super gemacht. Muss man gar nicht diskutieren. Das war mein Mini-Kommentary von Call of Duty Ghosts. Bushido K1, jetzt schreibt mal eure Meinung rein. Ich bin gespannt. Hau rein. Peace out. Marihuana legalisieren, oder wie das heißt. Legalisieren, ja, genau, Bruno. Ich ne...